getroffen werden. Polizei, Angriffe auf die Feuerwehr. Wer sind denn die Täter? Was weiß man denn dazu zur Stunde? Von den Tätern zu sprechen, ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so, dass die Gewerkschaft der Polizei sich dazu bereits geäußert hat und gesagt hat, es seien gruppendynamische Prozesse, also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck, der geherrscht hat, geherrscht haben soll, anlässlich jetzt nach zwei Jahren Pandemie und dass man da eben versucht, dass man eben an Pyrotechnik auch leicht rankommt und dass dort eben das zu großen Problemen geführt habe. Richtig. Danke für die Einschätzung. Thomas Rostek nach Berlin.